Ich gebe Ihnen jetzt einen kurzen Überblick von den Geschenkideen, die wir hier in unserem Salzshop bei der Salzgröte Grausruhe haben. Natürlich als erstes kann ich Ihnen die tollen Salzlampen zeigen aus dem sogenannten Himalaya-Salz. Wir haben die Salzlampen von 2 bis 3 Kilo zu dem Preis von 14,99 Euro aufwärts. Dann haben wir auch verschiedene Speisesalze mit verschiedenen Zutaten im Programm. Wir haben Salzbonbons in verschiedenen Sorten. Dann haben wir Salzgrillplatten. Das sind Salzsteine, die man zum Grillen von unbehandelten Fleisch, Fisch oder Gemüse verwenden möchte. Zu jeder Salzlampe gehört ein Kabel und zwei Glöbionen. Wie tatsächlich die Salzlampe aussieht, können Sie am besten direkt vor Ort bei uns in der Salzgröte sehen. Ja, wie Sie sehen, es gibt auch noch Teelichthalter aus Salz. Die kommen auch als Geschenke sehr gut an. Unsere Gutscheine sind jetzt in der Vorweihnachtszeit besonders beliebt. Man kann Gutscheine für die Sitzungen in der Salzgröte, für die Wohlfühlpakete zusammen mit Massage oder kosmetischer Behandlung bzw. Fußpflege und Besuch der Salzgröte oder einfach als Wertgutscheine kaufen. Die Wertgutscheine können Sie dann für alle Dienstleistungen und zum Kauf von Waren in unserem Salzshop benutzen. Ganz speziell sind zwei Jubiläumsangebote. Einmal, wenn Sie die 10er Karte kaufen, kriegen Sie zwei Sitzungen kostenfrei dazu als Geschenk. Und das zweite Angebot, wenn Sie die 6er Karte kaufen, bekommen Sie eine Sitzung als Geschenk. So, natürlich unsere Kosmetikprodukte. Wir haben hier salzhaltige Kosmetikprodukte. Wir haben hier Naturkosmetikprodukte von dem Hersteller CMD Naturkosmetik. Es sind verschiedene Kosmetikserien mit Hebaumöl, Rügener Kreide, Kokosöl. Hier eine neutrale Serie für Menschen mit empfindlicher Haut, mit dem Salz vom Tottenmeer, mit Sanddornöl. Haben wir auch Kosmetik da. Dann haben wir natürlich La Vita bei uns im Programm. Können Sie direkt bei uns abholen. Wir haben immer einige Flaschen La Vita da. Und zum Schluss zeige ich Ihnen die Kosmetik- und Medizinprodukte von unserer eigenen Marke SIVASH. Zuerst natürlich die SIVASH Heilerde. Sie ist sehr gut bei Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, bei diversen Hautproblemen. Und auf Basis von dieser Heilerde gibt es kosmetische Produkte wie Naturseife oder Waschgel, Duschgel und Shampoo. Diese Heilerde ist am besten mit dem Schlamm vom Tottenmeer zu vergleichen. Nur gibt es noch Beta-Karotin in dieser Heilerde oder in diesem Heilschlamm, weil dieser Schlamm in einer an Beta-Karotin reichen Sohle entsteht. Und dann haben wir das rosafarbene Meersalz. Die leichte rosa Farbe kommt auch wegen der Beta-Karotin, das die Mikroalgen Donuelle La Salina produzieren. Und dieses Salz haben wir in den Verpackungen von 1 bis 20 Kilo bei uns im Shop. Da sind 5 Kilo Verpackungen, die am meisten laufen. Dann haben wir Magnesiumprodukte bei uns im Programm. Das sind Badezusätze auf Basis von Magnesiumchlorid in vier verschiedenen Sorten. Und dann haben wir hier Peelings mit Magnesium. Diese Peelings sind auch sehr neu und sie sind sehr gut geeignet, die Haut zu strafen, die Haut zu reinigen, aber gleichzeitig auch die Muskeln zu entspannen, wenn man viel Sport treibt, sind sie wirklich ideal. Beim Duschen oder vor dem Duschen diese Peelings anzuwenden, hilft schon sehr gut, um die Muskulatur zu entspannen. Das habe ich schon zweimal beim Skifahren festgestellt. Wenn man ohne Vorbereitung zwei, drei Tage intensiv Skifährt, dann tun die Muskeln und Gelenke weh. Bei mir sind es Kniegelenke und Muskulatur in den Beinen. Und das habe ich schon zweimal gemacht, dass ich diese Peelings angewendet hatte. Jeden Abend vor dem Duschen und die Schmerzen in den Muskeln waren viel, viel weniger. Und auch Knie haben nicht mehr weh getan. Das merkt man besonders beim Treppen runterlaufen. So, und hier haben wir das letzte Produkt, was jetzt ins Programm zu uns kam. Das sind die basischen Badesalze. Einmal mit Koffein. Und die zweite Variante ist mit dem sogenannten Bio-Gold. Das ist das kolloidale Gold. Das sind auch sehr interessante Produkte, um sich zu entsäuern. Davon reichen nur vier Esslöffel pro Vollbad. Und damit reicht so eine Packung für circa 20 Bäder. Ja, das war der kurze Überblick von unseren Produkten, die Sie gern als Geschenke kaufen können. Ja, was habe ich noch vergessen? Natürlich unsere tollen, kleinen und sehr bequemen Salz-Inhalatoren. Die sind sehr gut, wenn man auf Reise die salzige Lüft inhalieren möchte oder auch daheim zwischendurch im Auto. Die sind bei uns auch im Programm. Die können jede Zeit gekauft werden. Und ja, wir haben jetzt auch in unserem Online-Shop und hier ein Angebot, dass wenn Sie zwei Kosmetikprodukte oder zwei Lampen kaufen, 10% Rabatt bekommen. Und beim Kauf von drei, ab drei Stück gibt es sogar 15% Rabatt. So, ja, das habe ich noch vergessen. Die Bitterstoffe, die sind natürlich auch sehr interessant als Geschenk und für die Gesundheit sehr gut. Ja, kommen Sie vorbei. Unseren Salz-Shop können Sie ohne Begrenzung besuchen. Oder kaufen Sie unsere Produkte im Internet. Auf Wiedersehen.